so wird abgeballert das stimmt tot oder ich habe aber auch ein crime set und ich werde nie geschossen also ich will sie nicht beschwören aber ja jetzt wird man schaffen genau ganz einfach ich muss auch dazu sagen wenn du den grey hat genau in diese aufzug öffnung fährst dann packt er durch in die hammer hat dann mach mal die andere seite auf den anderen aufzug da klemm ich nicht drin nicht da wo der cyclone drin liegt guck mal da kommt gerade eine zeichnung vom kopf runter ja ich meine sie haben ihren speck erfüllt das ging diesmal schnell krabi schlag keine brillenträger das immer so werden ist in deinem leben krabi ich wollte vor allem sagen krabi dann über die über die super hornet würde ich sagen ja sehr gut das ist so lächerlich ja wir haben noch mehr platz vielleicht hinterher und retten eine minüt 37 sekunde entspäte wo sind wir hier naja es war schön mit euch also es war eigentlich gar nicht so schlecht ich weiß gar nicht wenn ich jetzt noch aussteige ob ich das eigentlich überlebe weil dann kommt steigt falle ich doch gar nicht so tief oder also wir haben überlebt gut ich hätte doch sitzen bleiben sollen Leute stecken hier zu früh auf ich kann nicht aus Fahrzeugen wie während der Fahrt aussteigen ja ich brauche mein martini glas wieder ich kann einfach nie ohne oui oh 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 it's Django ok dsch oh g ok es noch mehr oder oh 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 Gott wieder ach so genau nochbissel physiotherapie Schp, 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 schp. Mir ist schwindelig. Er ist schaschwummerig. Oh man, ich glaub ich bin noch irgendwie... Also irgendwo bist du? Oder ich versuch dir mal zu helfen. Die Hilfe kenn ich. Schp, 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 schp. Nein, hier brennt doch schon was. Oh. Ja, bei mir nie. Das ist doch kein gutes Ende. Oh, jetzt hab ich die Waffe wieder gewechselt. Ich trottel. Hört ja gar nichts aus. Aurora hat explodiert gleich. Und ich trottel hab meine Waffe wieder gewechselt. Kann man aus der Aurora aussteigen? Auch aus der Aurora aussteigen kann man? Nee, auch die Aurora. Hm, gute Frage. Von der Horn ist auch nicht. Okay. So, die hält schon ganz schön was aus, das Ding. Oh, greifen. So. Wir können ja noch einen Spruch versuchen. Oh, was ist das? Oh, das ist cool. Oh. Was ist cool? Ich versuch's mal. Ich hab grad gegen den Reifen geschlagen und dann ist der weit weggeflogen. Oh, okay. War cool. Oh, wieder. Wie ist das? Ja, geil. Nein. Daneben. Das sieht gut aus. Und schluss. Guck mal, jetzt ist es in der Luft schlässer. Ich zeig mal auf. Super, super Stunt. Was ist eigentlich mit dem Reifen hier? Und der freiget sich nie. Was? Äh. Ich hab hier ein bisschen Quatsch gemacht. Mal sehen, ob ich jetzt nochmal hochkomme. Oh, der sah irgendwie raus. So, und jetzt machen wir noch mal langsam. Ups. Amts am Schluss hier mit der Sache. Bis jetzt am Schluss, langsam. So, was? Meine Munition. Oh, ich hab ne Pistole. Nee, die würde ich nicht verlieren. Hat jemand seine Laserpistole verloren? Hm, eigentlich nicht. Oh, die Waffe schießt noch. Oh, oh, die Waffe schießt noch. Gott, freu ich mich auf diesen Kanadlauncher. Ist der noch in 3.9 drin? Nee, oder? Ähm, der war jetzt... Nee, nicht mehr in 3.9 leider. Ich bin nicht so nah. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Tschüss Krabi. Bye. So, ich würde den Untergang gerne in Dessert Person erleben. hållen? Hm. Hm. Das Rupscher fällt nicht viel aus. Haha. Ich glaub, 3 waren zuviel. Ich schiebe mich schon so rüber, dann seht ihr da was zu fangen. Toll, was ist jetzt passiert? Alle tot. Oder? Unmächtig. Wie ist das ausgenockt? Nee, im Bereich sogar ein bisschen tot. Was hast du mit rein? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich hab kein Zimmer gekriegt. Sehr gut gemacht, jetzt müssen wir das ganze nur noch durch vier teilen. Das ist gut gemacht. Da wollte ich, dass die Leute loswerden. Ich sehe mir genau an, was es da gab an Geld. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Vielen Dank.